Baaah! Was sind das für... Da füllen ganz schön viele Taxturen drin. Hier ist was geklappt. Baaah! Was ist geklappt? Was denn? Baaah! Mal mal nochmal wieder raus. Warte mal hier schon, ne? Oh, ist da schon wieder so'n... Ich frage dich. Hä? Ob schon wieder Eisen drin, ne? Oh, dass für Löcher wieder in der Wand sind. Ja, freu dich. Hau da einfach Löcher immer rein. Die gibt's nicht. Wenn wir Standard-Texturen von G-Nice. Ne, bei mir ist das so schwarz-grau-weiß gestreift. Ja, ja. Ne, ich meine Standard-Texturen. Hier haben wir ne Texturmpack rausgenommen. Warum das denn? Ich wollte mal gucken. Hä, hässlich. Wollte noch was anderes gucken. Ich hab ja Zornpack nur drin gelassen. Ähm... Shader. Ich pack wieder Vollrücken-Kommen ab, oder? Mich verkackern. Was denn? Glaub ich zwei... Ähm... Naja, ein bisschen ruckert OBS dann. Oh, falscher Knopf. Tschüss. Da stand bestimmt Quid drauf, ne? Ich bin zweit runtergerutscht. Das ist disconnect. Jetzt hab ich... Ja... 5 PS mehr. Von dem Shader und ohne... Texture Pack. Mein Gott, aber wenn dann nämlich lieber Texture Pack rein. Ja. Lieber Texture Pack und einen minimalen Shader, der so ein bisschen entspannt ist. Oder einfach ne neue Grafikkarte. Neue Grafikkarte sowieso. Das ist ja mehr entspannter. Über dir ist auch noch was, ne? Komisch haben wir gezeigt. Hä? Wir waren auch noch Blöcke. Ja, freu dich. Wie viel ich von deiner Seite schon weggemacht hab. Ja, warum? Weil sonst wird das ja nie hier fertig. Ja, ja. Ist ja nur noch der Gang. Dann wird alles ausgekleidet. Du musst gerne Holz farmen. Hm, ist klar. Die Formel kloppt vor einem Rallye. Du bist pein. Habe ich dich ernsthaft eingeholt? Mhm. Lol. Weil du aber gerade auch nur eine Reihe machst, du Vogel. Ja, sicher. Mach ich schon die ganze Zeit. Achso, oben hab ich immer zwei gemacht. Und außerdem hast du den Weichenstein. Achso. Jetzt hab ich den Weichenstein. Ja, die bauen sich da unterschiedlich ab. Na, ich weiß. Gleis ist ein bisschen härter. Dann geh mal ruhig. Dafür hab ich deine Seite oben schon weggemacht, okay. Und? Jetzt nicht frech werden, junger Mann. Na, aber zu. Ich weiß gar nicht, wie viel nehmen wir denn jetzt schon auf? Hm, Stündchen und zwei Minuten nach meinem Tacho. Okay. Da hab ich schon einiges geschafft. Wir haben das Ding ja weggeknüppelt hier. Naja. Was denn ist hier? Kann man auf jeden Fall mit weiterarbeiten. Holz schön fahren. Auskleiden. Findest du? Ja. Holz brauchen wir eh für die ganzen Dinger. Ich weiß gar nicht, ob man die aus dem anderen Holz auch alles craften kann. Dass sie... Aber ich glaub, da brauchst du extra Orgwood, ne? Das ist doch egal, was im Wort man nimmt. Ist doch generell egal. Aber... Das ist halt nur mit dem Upgrade-Grader. Naja. Würde ich halt auch gleich machen mit Upgraden. Naja. Das sind halt nur generell Upgrades, warte mal. Stowage. Hm. Ja, du kannst die halt... Nicht so groß bauen. Man muss halt hier Upgrades drauf haben. Naja. Aber... Ist dann jetzt... Wie heißt das nochmal? Dwar oder so? Dwar oder so? Ja. Aber da muss man doch extra entweder... Man kann ja nicht einfach sagen, okay, wir nehmen einfach dieses Holz aus dem Dschungel da. Diese komischen grünen Blöcke. Das ist doch egal. Ich find die Weißen ganz geil. Angrove. Ich weiß gar nicht, ob ich mal einen Grove schon mal gesehen hab. Das Problem ist, das erste Upgrade zu machen, da brauchen wir auch noch mal solche Baruch-Rowers. Ja, die sind dann ja egal in welcher Farbe, ne? Die 2x2 brauchen wir dann dafür. Ja, ja, aber die sind ja dann egal in welcher Farbe. Ach, einer reicht auch. Das ist generell egal, welchen man da nimmt. Ja, ja. Wollt ihr das Template, ne? Ja, ja. Ja, genau. Da ist ja egal, was man für ein Ding baut. Aber ich meine ja jetzt die Dinger... Dann nimmt man halt Sticks und Eisen. Ja. Und dann kommt Gold. Und... Ach nee, man kann dieses Template gleich zu Gold... Entweder zu Eisen machen, zu Gold machen. Ja. Zu Obsidian, Dias oder so. Das ist nicht schlecht. Aber man kann eigentlich gleich auch Vollstorn upgraden. Das bringt doch nicht. Das ist ja nur, dass es anzeigt, wie viel da drin ist. Ja, und? Kann man ja trotzdem machen. Ja, aber das bringt ja nicht, wie viel da nachher drin ist. Ja, ja. Immerwilds bringt natürlich heftig viel, ne? 13 Mal. Ich weiß nicht. Wollen wir eigentlich sofort vielleicht auf Obsidian dann gehen? Ja, auf Obsidian würde ich sagen. Fünfmal so viel. Weil Dias wird schon hart. Naja. Dias wird schon hart. Ja, klar. Du musst zumindest eine... Spitzhacke machen. Eine... Diamantspitzhacke. So. Fertig hier, ja. Ja, ne? Erstmal. Erstmal. Jetzt kannst du mir mal zeigen, wo die Höhle ist. Ist ja mal dunkel. Ja, wollte ich grad sagen. Jetzt ist mal dunkel, müssen wir mal pennen gehen. Ich muss mir da vorne. Oh, ist ja kleine Pisser. Ah. Ich will mit dir koscheln. Nö. Da rennst du dich ja hin. Kleiner Stinkgno. Der kleine Stinkgno. Wer kommt mit? Na ja, gucken wir, irgendwas ausgewachsen ist. Hum, hum. Pam, pum, 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 pum. Crypto, Crypto, Crypto. Crypto, Crypto. Crypto, Crypto, Crypto. Crypto Crypto. vorsichtig da ist die schlucht schon aber die ist auch nicht ganz unterm haus das ist generell egal die kann man schon die leitung entsprechend ist das die schlucht wo wir schon mal drin waren also von der anderen seite das sind neue hier schluss bringt der schlitter gerade mein fps generell um zu spacken das ist normal ein bisschen rums packt dann ja wenn ich jetzt gucke das haus ist irgendwo da ob ich ja wieder hoch müsste mal runter buddeln feigen an der höhe kleinen moment mal was du da irgendwas machst willst du das koordinat noch schreiben oder was ja ja dann kann ich von oben aber gucken wo das ist ich buddel einfach ganz vom haus wenn er auf das haus zuguckt ganz hinten links in der ecke einmal runter das sieht mich nicht und man sich den namen ich sehe den namen guck mal guck mal in richtung hinter dem so glaube ich ist das siehst du den namen ich bin schon oben deswegen 1 zu 30. hier hinten beginnt die schlucht zumindest hier eine ecke ich würde jetzt mal gucken wie weit das zum haus ist das ist nicht weit zum haus hör doch mal doch auf aber du bist auf die gleiche ecke gegangen naja fast die gleiche ecke du kommst gleich raus jetzt kommst du raus wenn du mal weiter geradeaus gehst kommst du raus ja ein bisschen tief raus gekommen ja ja beziehung geschätzt auf 30 ja das ist ein bisschen weit weg vom haus ja so aktiv aber da kann man ja so weit aber wenn man ein riesen loch da rein zieht und wo die ganzen peipen man braucht ja nur ich glaube man braucht generell eigentlich nur eine pipe die hingeht und eine die zurückgeht ja und eine so eine die immer immer noch nutzbar ist zu einer sicherheitspipe was bringt das ja vertraue mir sicherheitspipes sind gut nee wo hast du dich jetzt hochgebuddelt da ja das ist schon ein stückchen ne 1 2 6 7 8 9 10 wir können auch generell ein bisschen weiter rüber gehen bis zum fenster hin aber hier unten in der ecke habe ich ja gebuddelt mhm ja siehst du schon das ist schon ein stückchen ne bis man da unten noch ein macht wir werden jetzt erstmal gleich ein bisschen holz scheppern wir haben ein bisschen eisen wieder 1 2 3 1 2 3 mhm ich überleg grad was überleg nicht so viel das streng deinen kopf an ach die fresse ach die fresse was sah halt eigentlich reicht das ja vollkommen wenn wir die wände nur auskleiden ne dann mit den kisten ja sicher und dann an den seiten jeweils eine säule runter gehen lassen dahinter die pipes haben und dann das zum controller hin leiten lassen dass wir immer so eine bestimmten abschnitte haben auch für die bestimmten items dann dann müssen wir aber dementsprechend auch erstmal die befüllen dass auch jeweils das item da reingeht ja das ist halt nachher die sache ne mhm ja ich nicht weiß wie der controller richtig funktioniert der controller den brauchst du nur ransitzen und sortiert automatisch ein ja aber wieviel sortiert er ein wieviel items in wievielen dinger rechtzeitig nur ein controller pro ein ding ein controller pro 64 stück mehrere sind das ja siehste mehrere ist auch keine lass uns mal in pennen oder oder nicht warum hast du wieder lift the game gehabt ich bin grad gegangen weil ich was gucken will mach ich nach oben du kannst only sleep at night fick dich spielen ja jetzt die frage was für ein holz welche dinger bauen wir da raus ähm wir brauchen ich will eigentlich gern spruce haben so etwas dunkles geht nicht ne aber okay wir nehmen auge komm mach ich natürlich die perfumations nicht dafür aber das müsste doch gehen ne okay ich wollte immer eine kiste und sechsmal holz ja ich will erstmal maßenweise holz haben ja ich gehe jetzt im wald und kloppe wieder so ein baum kaputt ja mach doch ja einfach mehr insel juhu ich nehme ja dann die hier ich würde jetzt sagen die 32 ne wenn die 32 ja nicht die 16 jetzt 12345 2345 entweder sterbe ich gleich oder nicht mein gott ich übertreibe jetzt noch mal 56 aber die möglichen größte möglichkeit die es gehen gehen könnte mit den 60 stück 64x64 wäre das größte was eigentlich so eine einheit machen müsste aber ich weiß ja nicht wie das funktioniert richtig ja nein ich mag jetzt mit dem befüllen ich habe jetzt einfach mal 10x10 baue ich gerade mal auf einfach mal so zum testen so das haben wir dann gleich ich wollte mitten in der aufnahme einfach mal testen musst du es sogar mit auf oder hat musst du es noch mit auf ich habe aufnahme noch an ja der ist einer ey ähm dual controller war das den setzen wir dann einfach mal hinten dran aufklicken kannst du schon mal nicht okay es gibt ja den ich weiß ja gar nicht was compact ding ist das ist gut aber das ist kacke gewesen war mit daran dann ein schiff muss man ja so machen wurden ja das ist doch die zum herauspumpen die energiepipes haben wir ja aber auch technikablock was ist das da wurden transport bei für sowas reicht ja eigentlich nur eine normale redstone engine ja das reicht dafür dann der muss das ja nur aus den kisten rauspumpen ganz langsam man kann ja zwei heransetzen so ist das ja nicht ja du musst ja sowieso gucken je mehr dazu kommt desto mehrere pipes musst du benutzen oder musst halt irgendwann diese autoding annehmen diese gates ja das gibt es ja auch noch dann wird das so verbunden dann äh ein lever was ist ein lever der lieft so den nächsten baum weggeschleudert hier so also 12 4 鍵 11 秀 64 christ Das sind die Großen, ich will die Kleinen, aber da brauchen wir zwei Kissen, what the fuck. Ja, zwei, sechs Stück hab ich schonmal. Ja, passt, geht weiter. Jetzt hab ich da vergessen, oh gut. Ähm, Dip, Dip. Bist du am Dippen? Hab ich klar vergessen. Das ist doppelt doppelt egal. So, rein damit. Wasche Ben hier binden. Oh, der Regen. Hör bitte auf, Regen! So, warte mal. Dann schmeißen wir das mal rein. Ein brennendes Skelett, Hi Creeper. Oh, shit. Oh. Okay, der Controller pumpt es rein. Da, da. ja generell immer zwei rein der dann geht da da rein da da pumpt er gerade rein das für ein abzeige pack aber flackert das mal so scheiße ja pro teil füllt da auch ein